ARD Text im Auftrag von Funk Ich denke, ich bin zufrieden. Ich sollte zu resten. Ist Kasane in Ordnung? Ja, sie hat sich verletzt. Ich glaube, das ist zu erwartet. Jeder ist auf ihrem ersten Tag nervös. Es hat so viel passiert. Du bist richtig. Sie sieht, dass sie es zusammen ist, aber manchmal kann sie sein. By the way, Seto, du bist sehr interessiert über Kasane. Ja, sorry. Sie ist deine neue Scout, aber ich kann sie einfach nicht ausfüllen. Sie erinnert mich von meiner ersten neue Scout. Sie war auch ziemlich awkward. Ich habe gehört. Eine große andere... Ja, und ich konnte sie nicht schützen. Ich erinnert mich von ihr immer, wenn ich Kasane sehe. Okay. Aber vielleicht hätte ich es zu weit entfernt. Ich werde mich mehr bemerken. Ich werde Kagero zurück nach Suo nehmen. Was sollst du machen? Ich werde mit Naomi auf Kasane wundern. Oh, und Seto? Kannst du auch mit Shiden mit dir nehmen? Er sieht mit dir, also weiß ich, dass er glücklich wird, wenn er mit dir zurückkommt. Roger. Du bist so populär. Ich bin stolz. Es ist eine Freude, das von der schönsten Mädchen in der OSF zu hören. Okay, sehen Sie wieder in Suo. Tag in der Zerrüttung. Tag in der Zerrüttung. Oh, ist es das, wo die Naomi sich verwandelt? Oh, ist es? Ich habe keine Hand auf die Red Streams. Das Traum wieder. Oh, du bist wundern. Perfekt. Ich dachte, wir sollten zurück nach Suo gehen. Wo ist Captain Seto? Seto schon zurück nach Suo. Oh, hat er? Hey, Kasane. Ich habe gerade gehört von Nagi. Er sagt, Seto Platoon wird ein gemeinsame Training mit Kyoko Platoon machen. Willst du in? Das ist eine gute Idee. Du solltest du gehen. Ich gehe, wenn du gehen, Naomi. Wenn es ein Training Training wird, dann wird es in der Facilität in OSF Headquarters. Ich gehe mit dir zurück nach Suo. Ich gehe mit dir. Tschüss, dann. Ich habe Spaß mit Training. Okay, das ist das, wo wir dann gehören Yuito kämpfen. Es ist ein Training-Exercise. Wird Yuito da sein? Ich denke, es ist voluntär. Also, ich weiß nicht. Ich hoffe, wir können zusammen trainieren. Oh, es ist halt alles so schlimm, wenn du weißt, die geht jetzt die nächsten zwei, drei Missionen drauf. Wenn sie die sogar in der Phase jetzt schon gleich drauf geht. Oh, Epsilon. Oh, Yuito! Great! Wir sind alle hier jetzt. Zeit für ein paar drei Mann-Field-Exercise. Die Regeln sind einfach. Es wird eine einzige Flagge gelegt, auf der Feld. Die Team, die es auf die Zielgerichte gewinnen und die Zielgerichte gewinnen. Und du bist glücklich, dass dein Lieferter Kager hat seine Zettung verdient. Für die Team gewinnen mit einem luxuriöser Preis. Wow! All right! Wie sind wir die Teams verwendet? Ja, die sind im Sterbenteam. Gut, Verrätersterbenteam. Das ist jetzt mal ein komisches Team. Das ist jetzt mal ein komisch. Okay, Tugumi. Use your clairvoyance to find a blind spot near the goal. Huh? Why? The objective is to get the flag and cross the goal. Rather than searching around for the flag, it'll be easier to just ambush the team that finds it and take it. What? Well, I guess that's one way we could do it, but that doesn't really feel like training. What do you mean? I found a blind spot. I'll send the location data. Nice job. Let's go. What? Ja, 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 passt schon. Ich mein, wir haben sie jetzt dann eh bloß dieses eine Mal. Ich weiß, dass sie in der Umgebung und die anderen, die sie für Training so viele Mal benutzen. Aber es sieht immer so real für mich. Ich weiß, was du meinst. Es kann verwirklich sein. Es macht dich denken, dass du eigentlich sterben könnt. Nein. Ich bin sicher, dass das nicht passieren wird. Aber lass uns vorsichtig sein. Ich habe etwas gefunden. Oh, warte, da ist ein Gegner. Passt schon, wir müssen hier nur schnell durch. Ich will nicht schlafen. Ich will nicht schlafen. Ich will nicht schlafen. Es ist eine logische Taktik. Es ist eigentlich lecker. Lecker. Ich glaube, du könntest das so schauen. Okay. Check. Na, wie macht dich jetzt so fertig? Ich denke, ich versuche es. Ich versuche es. Ja, ja, oder ich gehe einfach hin und mache das Ding gleich kalt. Das bastelt. Ich bin tot. Das war beeindruckend. Ich weiß. Ich werde es tun. Ich werde es nutzen. Ja. Geht auf jeden Fall sehr fix hier. Oh, ich hab das ja auch schon... Ey da nochmal einer. Zapp, zapp. Jetzt ist da nochmal einer. Wo kommt es der? Komm her da. So, jetzt aber. Ich hab das. Ich hab das. Das war's für heute. Achso, mit dem glaube ich, will ich die wieder aufladen, ne? Ja. Es ist mir nie auffallen, dass es dadurch passiert. Da können wir jetzt weiter gehen. Äh, so. Ich kann aber mit ihr, der hält sich ziemlich weit schauen. Oh, Tanabi. Danke, dass du einen Augenblick hast. Was? Hast du mir nur ein Kompliment? Okay, lass uns das machen. Die ist schnell überzeugt. Hä? Ich dachte, wir gehen gleich nach oben. Das ist ja eh so eine lustige Aussage. Wenn dein Körper Feuer fängt, dann hältst du Schaden. Ja, das hat Feuer so an sich. Und zapp! Ja. 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 Die sind aber schon früh dran damit. Und alle! Oh! Ah, ihr habt das safe. Hey, was war denn das, der so jetzt durch den durchgeflogen hat? So, der da noch. So, und jetzt kommt unser Nebelboy hier. So, und jetzt nervt ihr nicht mehr. Ja, nicht so schnell, wie ich gerne koffte, aber okay. You really have a good sense for the battlefield. I feel safe leaving your post to you. Really? That's high praise. It's embarrassing. But, yeah, thank you. You're amazing, Nokasani. You really are as good as they say. Alter. Ich hab' alle, was ich besiegt. Halt ernsthaft. Neein. Oh, das hat mich schon lange nicht mehr gehabt. Oh, ich liebe es, wenn die so einfach sind. Den da. Ah, haben die mich gerade eingesperrt? Ich glaube, ich bin eh wieder in den falschen Weg laufen. Ich kann mich jetzt eigentlich nochmal da hinten durch. Ist ja nicht so, als ob ich nicht über die Autos springen könnte und so, nachdem ich eh schon Doppelsprung und alles buggeln kann, aber hey. Oh, das war außerhalb. Ups. Ja, aber der Kampf hier war sowieso, glaube ich, komplett umsonst. Weil es hier nach oben geht. Da vorne ist der Kampf. Ich meine, eigentlich sollte ich nicht verlieren, aber wir speichern trotzdem mal. Weil das war nämlich genau das, was wir damals auch bereut haben. Passt schon, ich muss nicht abspeichern. Die Gegner sind voll einfach. Kasane kommt, Kasane macht uns platt. Alex, klar, nochmal machen. Okay, wir warten hier. Tsugumi, lass uns wissen, wann der Flageholder in der Rang kommt. Ich verstehe das. Hm. Hey, Kasane. Ist es wahr, dass du mit Yuito und Ryujin kämpfst? Yuito? Wenn du mit Yuito Sumeragi sagst, dann ist es wahr. Um, wie hat das passiert? Ich habe ihn und Nagi, nachdem sie von einem anderen attacken. By the way, sind wir zwei Freunde? Was? Oh, wir waren Kindheit Freunde. Also, du kennst das viel über Yuito. Was ist er, wie ist er? Kannst du ihn vertraust? Natürlich. Er ist Freundlich und Kind, auch. Und er machte kleine Sachen, wie collecter Baki Merchandise. Aber warum hast du mich gefragt? Kasane, hast du... Sie sind hier. Es sind Yuito, Shiden und Kagura. Es ist nicht Naomi's team? Wenn sie etwas passieren, mit meiner Freundin zu sagen, ich versuche. Wenn sie verletzt, werde ich jeden von ihnen zerstören. Es ist okay, Naomi ist stark. Was ist nächstes Mal? Ich kann jetzt schnauern und die Oberhand gegen sie, wenn du willst. Nein, wir werden und verletzen. Wir werden sie nicht unternehmen, ohne sie die Initiative zu geben. Was ist das? Hier geht's! Sorry, ich wollte dich zurück, nachdem ich diesen einen runtergebracht habe, aber das ist schwer. Tod? Er reicht doch nicht. Passt schon. Kannst du es nehmen? Fältigungsflaggen erhalten. Bam! Woah! Ich habe einen Yui-To von allen Leuten verloren. Sie ist gut. Kannst du mir vorstellen, dass sie ein frischer Scout ist. Du bist wirklich großartig, Yui-To. Hä? Verdammt! Wir haben sie überrascht. Hey, es ist nur so, wie sie sagen. Kasane Randall ist nicht los. Good one, Kasane! Ich kann nicht all die Kredite nehmen. Sugumi und Hanabi haben vieles Gewalt gemacht. Deine Team vielleicht hatte ein paar Probleme zu koordinieren, aber ich glaube, dass deine individuelle Fähigkeit ist immer noch nicht wert. Danke! Ich habe nicht versucht, dich zu bemerken. Oh! Okay! Du bist verrückt. Ich habe gesagt etwas lustiges? Nein! Äh... Sorry, dass ich unterdrücken, aber hier ist dein Preis. Gute Arbeit heute. Was ist das? Ich habe ein Text von meinem Vater. Er hat niemals einen Text. Oh. Hm. Ich glaube, es ist Zeit, um es ein Tag zu bemerken. Danke für alle, die teilzunehmen. Du bist verrückt, Kagero. Hm? Was bedeutet das? Du bist nicht... ...hate... ...training, Übersetzungen? Also... Ich dachte, es wäre eine gute Möglichkeit, ... zu zeigen den Neubes. Es sind einige reale Cuties dieses Jahr. Und du hast verletzt, um die String zu bemerken. Hh-h-h-h-h-h-h! Ich wollte nur mit dem neuen Mann und sehen, was er hat. Ja... Ja... Ich bin fertig. 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 Ich möchte ihn wieder zu sprechen. Ich bin fertig. Ja... Das hält halt nicht lange. Ich finde, du würdest gut zu Naomi passen. Vor allem jetzt, wo sie eine andere ist. Zwei sind noch nicht nur Leader. Ich weiß nicht. Das Schlimme ist halt eigentlich, ...dass die es zu offensichtlich machen, dass die... ...den irgendwas zustößt. Weilst du sonst irgendwas strands? Weil ich mein, du siehst halt genau genau die zwei nicht... ...neinmal einmal in deiner Gruppe. Die haben meistens ihre eigenen Gruppen... ...wo ist der? Achso, der taucht dann einfach auf. Die haben meistens ihre eigenen Gruppen... Oh, den Token hat gar nicht auf. 4 Orders von der Major, als die Kiyoko-Platoon zusammen ist. Entstanden. Ich werde darüber nachdenken über Yui-Toh. Das ist natürlich auch die erste, die man voll abkriegt. Ich werde über die Mühle sagen. Naomi, erzähle mich was du über die Kiyoko-Platoon-Belt. Es ist ein Abnormal Phänomenon, das gedacht, dass sie sich aus der Spring von Kiyoko zu verbreiten. Es ist furcht nach der Erde's Stratosphäre und sich um die Planet zu verbreiten. Die anderen sind in der Kiyoko-Platoon-Belt und wurden auf dem Aufmerksamkeit gesessen nach der Erde. Aber noch nicht mehr ist. Das stimmt. Also, du solltest nie nach einem Ort, in der der Kiyoko-Platoon-Belt ist. Es ist sehr gefährlich. Also, die Extinction Belt hat Partikles, die wir in unsere Kommunikation haben. Wenn das passiert, kannst du nur auf Haruka's Telepathy counten. Without die Hilfe der Kommunikator, meine Telepathy wird nur eine Art. Pray die Kommunikators nicht runtergehen. Ich muss auch die ganze Unternehmen kontrollieren. Gemma wird die Platoon-Kommandär sein. Was? Warum Gemma? Schieden, wenn du ein Komplett hast, wir sprechen über diese Operation. Gemma, ich bin auf dich. Okay. Das wird eine gemeinsame Operation zwischen der 7. und 8. Kompany von der 1. Regiment und die 1. und 2. Kompany von der 2. Regiment. Das ist eine großartige Operation. Also, ich brauche dich alle zu retten, von zu gehen. Kiyoka Platoon, maintain die Frontline und move nach Point Alpha. Schieden, Kasane und ich werden unsere SAS verbinden. Naomi wird uns von der Rückseite. Move aus. Understood. Ja, 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 ja. Hörnachrichtempfang. Warte mal. So war das. Ich will wieder trainieren. Gut gemacht, alle miteinander. Ich wollte lässig an die Sache rangehen, aber ich war so nervös, als wäre das ein echter Kampf gewesen. Du warst wahrscheinlich nervös, weil Kasane es so ernst genommen hat. Kasane sah aus wie ein Tiger, der auf seine Beute lauert. Haha, das stimmt. Aber ich habe viel gelernt. Übrigens ergreift Kagero immer die Initiative für solche Trainingseinheiten? Eigentlich nicht. Der kommt sogar ziemlich selten vor, was wohl ihn hingefahren ist. Das dachte ich mir. Kagero wirkt nicht so, als würde ich mein Training allzu viel Spaß machen. Aber ich hatte eine Menge Spaß. Das sollten wir mal wieder tun. Äh, ich bin mir sicher, dass du mit der Organisation der AAS in Ausbildung, bla bla bla, Regimender, blablabla, 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 blablabla. Ja, ok. Töchne. Ist ziemlich schlecht. Kannst du all. Ich bin überflogen. Was war da, wo ist wirklich schwer. Oh, was war auch so? Also war da. Was wurde das bergabiet? Ja, ja, das war, war immer wieder. Es war ja, aber was war es? Was war ja echt. Das war ja nicht. Haha, das war ja. Ja, ja, Spezialdinger